Dann zu Top 53. Entschließung zur Einführung eines verpflichtenden Tierwohllabels, Antrag des Landes Niedersachsen. Hierzu liegen Wortmeldungen vor. Als erstes hat das Wort Herr Ministerpräsident Weil aus Niedersachsen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen guten Morgen. Dass Verbraucherschutz und Landwirtschaft gemeinsame Interessen haben, ist nicht selbstverständlich. Das gibt es in vielen Diskussionen nicht. Aber in einem ganz wichtigen Punkt gibt es ein großes gemeinsames Unbehagen, eine gemeinsame Kritik. Das ist nämlich der gegenwärtige Stand der Kennzeichnung von unseren Lebensmitteln in Sachen Tierwohl. Der Hintergrund ist ein wirklich, wie ich glaube, fundamentaler. Es gibt in unserer Gesellschaft eine deutlich gestiegene Sensibilität in Sachen Lebensmittelproduktion, Tierhaltung insbesondere. Es gibt deutlich gestiegene Ansprüche der Gesellschaft an die Lebensmittelproduzenten, an die Landwirtschaft. Und nun wäre es nicht so, als ob alles das an der Landwirtschaft spurlos vorbeigegangen wäre. Niedersachsen ist ein großes, ein starkes Agrarland. Bei uns gibt es viele Betriebe, zum Teil Jahrhunderte alt, die machen sich derzeit große Gedanken darüber, wie es denn wohl weitergehen mag. Und mir sind immer wieder in den vergangenen Jahren Landwirtinnen und Landwirte begegnet, die sagen, ich habe das verstanden. Ich habe das verstanden, dass die Gesellschaft von mir größere Anstrengungen bei der Produktion erwartet, dass sie mehr Tierwohl insbesondere erwartet. Und ich möchte auch, dass meine Kinder einmal meinen Hof übernehmen und dass sie stolz sind auf das, was ihre Familie tut. Aber, das sagen mir dieselben Landwirte in einem Atemzug, die Gesellschaft muss auch begreifen, dass wir mit unseren Betrieben ein klitzekleiner Teil eines großen und zwar internationalen Marktes sind. Und wenn man von uns mehr Anstrengungen, auch insbesondere mehr Investitionen, mehr Qualität erwartet, dann brauchen wir auch die Chance, das zu refinanzieren. Und Sie werden mir alle recht geben, es gibt eine hohe Plausibilität für diese Argumentation. Nun haben wir seit nicht wenigen Jahren inzwischen Tierwohl-Label. Die sollen uns Verbraucherinnen und Verbrauchern etwas darüber sagen, unter welchen Bedingungen die Produkte entstanden sind, die wir da denn kaufen. Aber so recht können wir damit nicht im Ernst zufrieden sein. Erstens gibt es einen kaum noch übersehbaren Dschungel von unterschiedlichen Labeln, Prädikaten, Siegeln. Denn was auch immer Sie suchen, Sie werden es finden in der Vielfalt der Tierwohl-Kennzeichnungen. Zweitens, und das ist entscheidend, es handelt sich um freiwillige Maßnahmen. Es gibt keine Verpflichtung und große Teile dieses Marktes sind davon nicht erfasst, zum Teil sogar systematisch nicht erfasst. Insbesondere der große, große Bereich der Gastronomie hat in aller Regel auf seinen Speisekarten, auf seinen Produkten keinerlei Kennzeichnung darüber, aus welchem Land stammen die Lebensmittel und unter welchen Bedingungen sind sie entstanden. Um es mal ganz praktisch zu sagen, ich nehme an, manche von uns hier in dieser Runde haben heute in den Landesvertretungen oder den Hotels übernachtet. Wir haben gefrühstückt, ich hoffe es hat Ihnen geschmeckt. Manche von Ihnen werden ein Rührei zu sich genommen haben und ich muss Ihnen sagen, es gibt eine doch große Wahrscheinlichkeit, dass dieses Rührei aus Eiern aus Osteuropa stammt. Und aus Gründen des guten Geschmacks verkneife ich mir Einzelheiten, unter welchen Bedingungen die Eier, die Sie verzehrt haben, wohl entstanden sein mögen. Das lässt sich auf der derzeitigen Basis nicht ändern, weil die Gastronomie ausgenommen ist. Es gibt jetzt einen Vorstoß des Bundeslandwirtschaftsministeriums für ein staatliches Tierwohlhebel. Das ist gut, wenn damit eine Verbesserung verbunden ist und das ist schlecht, wenn es zu einer Verschlimmbesserung oder zu nichts Besserem führt. Die vielfältige Kritik an diesem Vorstoß, und zwar sowohl aus dem Bereich des Verbraucherschutzes wie aus dem Bereich der Landwirtschaft, spricht sehr dafür, dass wir es mit dem zweiten Fall zu tun haben. Erstens, es soll sich erneut um ein freiwilliges Tierwohl-Label halten. Was soll denn ein weiteres Label bringen? Zweitens, es werden sogar noch höhere Standards zugrunde gelegt, zum Beispiel noch höhere Standards gegenüber der Initiative Tierwohl. Dem ersten halbwegs erfolgversprechenden Versuch, insbesondere auch aus dem Lebensmitteleinzelhandel, aus den großen Marktteilnehmern dieser Branche heraus, auch Produkte zu kennzeichnen und eben auch zu refinanzieren. Das, was jetzt in der Diskussion ist, das führt zu einer weiteren Verteuerung von zwischen 9 und 36 Prozent, zum Beispiel bei der Schweinehaltung. Und vor allem, und das ist ein wichtiger Teil der Kritik, ohne dass es irgendwelche Aussagen zur Refinanzierung gibt. Was ich damit sagen will, dass die berechtigte Kritik von Landwirtinnen und Landwirten, die ich zitiert habe, im Grunde an diesem Punkt noch einmal auf die Spitze getrieben wird. Und das kann es nun wirklich nicht sein. Wir können nicht darauf vertrauen, dass es der Markt schon richten wird. Es gibt nun einmal die Interessen des auf sich wenige und große Unternehmen konzentrierenden Lebensmitteleinzelhandels, dass man das macht, was der Verbraucher akzeptiert. Und wenn keine weiteren Regeln dazu kommen, dann wird es eben so kommen, dass wir nach wie vor große Fleischmengen zu relativ niedrigen Preisen kaufen können, ohne dass an irgendeiner Stelle wirklich klar wird, was eigentlich dahinter steckt. Und wenn ich dann noch dem Vernehmen nach davon ausgehen kann, dass man offenbar 70 Millionen Euro Steuergeld in die Werbung für ein solches Lebensmittel-Label staatlicherseits als Werbung einsetzen will, dann wären die Fragezeichen noch viel größer. Ein staatliches Tierwohl-Label ist richtig, aber es muss verpflichtend sein. Es muss für alle Sektoren, es muss für alle Marktteilnehmer gelten. Es muss Klarheit schaffen über Haltung und Herkunft von Lebensmitteln. Es muss alle Sektoren erfassen und vor allem muss es auch als Basis haben, eine Verständigung darüber, wie das berechtigte Anliegen von Landwirten zur Geltung kommen kann. Wenn wir mehr leisten, dann müssen wir auch eine Chance auf ein höheres Entgelt haben. Es ist richtig, für einen solchen Vorstoß besteht eine Notifizierungspflicht bei der Europäischen Union. Das müssen wir aber erwarten von der Bundesregierung, dass sie diese Anstrengungen unternimmt. Das ist im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher in unserem Lande, es ist auch im Interesse unserer Landwirtschaft. Und es gibt uns ein Gefühl dafür, was wir ja noch in diesem Jahr in vielfältiger Diskussion haben werden. Wenn sich unsere Gesellschaft verändert, wenn sich neue Aufgaben stellen, dann müssen wir auch das Ziel haben, die berechtigten Interessen aller Bereiche in unserer Gesellschaft zusammenzubringen. Ein staatliches, verpflichtendes Tierwohl-Label wäre dafür der richtige Ansatz. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes hat das Wort Herr parlamentarischer Staatssekretär Fuchtel aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Herr Präsident, meine Damen und Herren, zunächst möchte ich die Zielrichtung des heute vorliegenden Antrags begrüßen. Es ist positiv, dass Niedersachsen unseren Vorstoß für mehr Tierwohl grundsätzlich unterstützt und die Einführung eines staatlichen Tierwohl-Kennzeichens begrüßt. Uns verbindet das gemeinsame Interesse, das Tierwohl in unseren Stellen zu steigern, den Verbrauchern mehr Transparenz und neue Möglichkeiten beim Einkauf von Fleischwaren zu geben. Und wir wollen, und das auch gemeinsam, dass der Landwirt finanziell davon profitiert, wenn er sich für mehr Tierwohl engagiert. Die Forderung nach der sofortigen Einführung eines verpflichtenden Kennzeichens ist für die Erreichung dieses Ziels zurzeit allerdings nicht hilfreich. Sie ist sogar irreführend, denn wer eine verpflichtende Kennzeichnung fordert, verhindert eine rasche Realisierung überhaupt einer Kennzeichnung. Aufgrund der rechtlichen Schwierigkeiten bei der Einführung einer verpflichtenden Kennzeichnung wird es auf unabsehbare Zeit keine Verbesserung in der Tierhaltung über dieses Instrument geben können. Sie können davon ausgehen, dass unser Haus sich da sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat. Lassen Sie mich das etwas konkreter erörtern. Zunächst müsste ein neuer Gesetzentwurf gemacht werden. Das würden wir natürlich schaffen. Aber es geht dann um die Notifizierung. Und hier liegen die Probleme dann im Detail und sind nicht mit einem Hinweis wegzuwischen, dass die Bundesregierung das natürlich in Brüssel alles erreichen kann. Das kann man erreichen. Es geht aber um die Zeitschiene und um den Einstieg. Und das ist hier das ganz besondere Problem. Eine verpflichtende Tierwohlkennzeichnung würde den Kontrollaufwand deutlich steigern und müsste durch einen hohen Mehraufwand für die Länder staatlich realisiert. Und, meine Damen und Herren, und da haben wir genügend Gelegenheit, das in der täglichen Praxis auch zu sehen, wie das gar nicht so einfach ist, kontrolliert werden. Und zwar von den Ländern, meine Damen und Herren. Eine verpflichtende nationale Kennzeichnung kann zudem die Notifizierung realistischerweise nur erfolgreich durchlaufen, wenn ausländische Unternehmen nicht zur Kennzeichnung verpflichtet werden. Gleichzeitig müsste aber auch rechtliche Rahmen- und Kontrollbedingungen geschaffen werden, die einen Zugang zur Kennzeichnung für ausländische Hersteller gewähren. Eine recht komplexe Sache, die im Notifizierungsverfahren dann sicher langwierige Klärungsprozesse durchlaufen wird. Und warum das Ganze? Weil das Kennzeichen darf aus europäischer Sicht nicht zur Marktabschottung dienen. Die EU achtet, wie wir aus anderen Vorgängen wissen, intensiv auf die Einhaltung gerade dieser Grundsätze, meine Damen und Herren. Wenn man nun beim Tierschutz tatsächlich schnell weiterkommen möchte, geht es nur durch den von uns gewählten Einstieg über eine freiwillige Kennzeichnung. Dies gilt auch für die Frage der Herkunftskennzeichnung. Im Gesetzentwurf haben wir eine freiwillige Herkunftsangabe daher in der Grundlage auch entsprechend angelegt und vorbereitet. Die Verknüpfung einer verpflichtenden Kennzeichnung mit einem verpflichtenden Herkunftseinsatz würde dazu führen, dass die Hürden noch höher würden, um das Tierwohlkennzeichen dann auch im Verarbeitungsmarkt, und an den müssen wir dann auch denken, zu etablieren. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft will jetzt zügig mehr für das Tierwohl tun und es nicht auf die lange Bank schieben. Das wäre die totale Konsequenz, wenn man den anderen Weg gehen würde. Bereits vorliegende Praxisbeispiele aus Dänemark und Niederlanden haben es uns auf freiwilliger Basis erfolgreich vorgemacht. Und nun sollten wir mit aller Kraft nachziehen. Und beide Länder haben aus guten Gründen diesen Weg gewählt. Es ist in absehbarer Zeit umsetzbar und bietet weniger Konfliktpotenzial im Hinblick auf europäisches Recht. Und wir haben bereits jetzt diese Notifizierung unproblematisch durchlaufen. Das alles würde uns in viel komplizierterer Form nochmals bevorstehen. Wir sollten jetzt gemeinsam starten und dann perspektivisch auf eine verpflichtende Kennzeichnung auf europäischer Ebene hinarbeiten. Unser Gesetzentwurf verschließt sich nicht einer solchen Möglichkeit, sondern er ist geradezu darauf angelegt, dann diese Dimension zu erreichen. Und das muss letztlich das Ziel sein. Und dafür bietet die EU-Ratspräsidentschaft 2020 ein gutes Forum. Wir werden deswegen als nächsten Schritt das Tirol-Kennzeichnungsgesetz zur freiwilligen Kennzeichnung ins Kabinett bringen. Zeitnah werden wir dann dazu auch die Verordnung mit den konkretisierten Kriterien vorlegen, die bereits der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Mit der zügigen Einführung einer freiwilligen Tierwohl-Kennzeichnung werden wir die Grundlage dafür schaffen, dass Tierwohl in der gesamten Lebensspanne des Tieres verbessert wird. Nicht nur an einer Stelle, wie wir es jetzt gerade bei manchen Lebenshaben, die auf dem Markt sind. Nämlich vom Ferkelbereich über den gesamten Spektrum der Mast, den gesamten Transportvorgang bis zur Schlachtung. Es wird eine komplette Lösung geben, meine Damen und Herren. Das Kennzeichnen wird den Verbrauchern eine bessere Orientierung geben. Sie können jetzt erkennen, in welchen Produkten dieses Meer an Tierwohl steckt und dieses dann auch finanziell honorieren. Wie wir das austarieren bezüglich weiterer Unterstützung durch den Bund, das werden wir noch klären. Meine Damen und Herren, Sie können erkennen, in welchen Produkten dann das Meer Tierwohl wirklich steckt. Und das hat sich auch in Dänemark und in den Niederlanden als sehr erfolgreich erwiesen. Somit werden die Landwirte einen stärkeren Anreiz haben, mehr in das Tierwohl zu investieren. Und sie dürfen damit werben und können von den erhöhten Zahlungsbereitschaften profitieren. Also, zusammenfassend, wer zügig mehr Tierwohl in Deutschland realisieren will, und ich bin davon überzeugt, das wollen wir alle, muss unseren Weg der freiwilligen Kennzeichnung als ersten wirksamen Schritt unterstützen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Dann weise ich die Vorlage den Ausschüssen zu, und zwar dem Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz federführend, sowie dem Wirtschaftsausschuss und dem Ausschuss für Städte, Bauwohnungswesen und Raumordnung mitberaten. Vielen Dank.